Hallihallo, falls du dir jetzt erst Gedanken machst, wieso Ali Safir jetzt auf einmal mitten im Cup anfängt, dann schau dir das letzte Video an und wenn du keinen Bock hast auf das komplette Video, dann schau einfach die letzten paar Minuten an, damit du wenigstens Bescheid weißt. An die Leute, die Bescheid wissen, die verstehen es wenigstens, warum ich erst weitermache, weil das Part 14.2 ist natürlich und jo, hoffentlich, ihr habt es ja beim letzten Part gesehen, dass wir an dieser Rainbow Vote richtig gefehlt haben und hoffe, dass wir das wenigstens jetzt auf die Reihe kriegen, hoffe ich jetzt zumindest. Damit ihr auch weiterhin Bescheid wisst, jetzt dieser Einzelpart, also jetzt 14.2, wenn das nur die Rainbow Vote wird jetzt nur beinhaltet. Also dieser Part 15 habe ich jetzt in den anderen Videos gesagt, dass das, das Part 15 ein, na, ich habe den Namen schon vergessen, na, so eine Art Credits Part, wo ich halt ein bisschen so sage, also jetzt sage ich jetzt mal Fazit. Fazit. Für die Leute, die nicht wissen, was das Fazit ist, ein Fazit ist einfach oder so, ähm, was man, wie man, na, was man über das Spiel sagen kann, pro und contra und sonst noch was, was man halt so alles sagen kann. Aber vielleicht können wir es ja aufholen, was vorher geschehen ist, ey, vor der Aufnahme, das ist so krank. Oh, scheide, das wäre so toll gewesen. Egal, versuchen wir es halt nochmal, weil wir haben ja noch einen Versuch. Vor der Aufnahme habe ich ja den einen verkackt. Wir sehen uns gleich wieder. Wir hätten es fast beim ersten Versuch geschafft, ey, und okay, was heißt, erster Versuch, weil bei 14.1 haben wir ja auch alle drei Leben verbraucht, extra deswegen, ja. Aber naja, ich sollte das mal wegmachen, das stört. Okay. Hallo, fahr doch, ich drück doch, ich drück doch. Hallo, wieso fährst du nicht? Wieso fährt er nicht? Hä? Wieso ist er nicht gefahren? Ich habe doch die ganze Zeit... Ja, jetzt auch Weiber! Hä? Wieso ist er nicht gefahren? Was zur Hölle? Das muss ich im Video dann auch nochmal gucken, weil ich mache das ja immer so einstellen, weil die weißen Punkte sind ja auch dazu da, damit man das sehen kann, ob ich gerade auf den Buchstaben drauf bin oder nicht. Oh, Mann, wieso tut ihr mir das an? Wieso werde ich so bestraft? Wieso? Wieso? Oh, ich habe ihn mit Schiss? Verdammt, ey. Komm, das ist auch der letzte Versuch. Und auch mal auch wieder auf die letzte verkackte Runde. Aber vielleicht, wenn ich jetzt den Sternen enteße, vielleicht wird es ja noch was. Bitte, nein! 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 Kommt, oder alle, ne? Ihr Schweine! Ja, haben wir es jetzt endlich! Boah, war das knapp! War das knapp! Ich weiß nicht, weil das war, ey. Das war so schnell, ich habe das nicht geblickt. Ist eh weder was Bowser oder Yoshi. Einer von beiden, der leckt mich ab. Gott, verdammt, ey. Was sagt die Zeit? Okay, das reicht noch, was Speiser, weil wir momentan verbraucht die Mominzen-App, die ich benutze für die Aufnahmen. Sind natürlich auf dem Handy, das ist eine App und so. Kann man auch auf dem Computer machen. Aber es ist fast dasselbe Prinzip. Naja, jedenfalls, wir haben es endlich geschafft, Friends! Endlich! Da kann ich stolz sein, ey. Da kann ich feilen, bis zum Geht nicht mehr. Alter, Alter! Wir haben es endlich geschafft! Endlich! Von dieser Hölle befreit! Ja! Endlich! Auch wenn wir nicht dritter werden, also insgesamt vom Tabellenrang her, wären wir da sowas von egal, das glaubt ihr nicht, das wäre mir wirklich sowas von egal! Aber naja, wir haben es geschafft! Wir haben es endlich geschafft! Ich glaube, danach müsste gleich die Quiddets kommen, deswegen mache ich jetzt nicht weiter, weil ich habe ja gerade davon gesagt, dass Part 15 einfach dieser Quiddets-Part ist, woher Fazit alles mache, das ist aber jetzt nur bei diesem Let's Play oder so, weil wegen der Zeit und so beim nächsten Let's Play, was ist noch offener? Mario Kart 2 habe ich angefangen, eigentlich sogar auch Blitz-Brigade Online und Super Mario Bros. 3. Vielleicht werde ich trotzdem Neues machen, mal schauen! Mal schauen! Ist doch auch ein bisschen kacke, immer ein Part zu machen von einem Let's Play, der gleich neun macht, dann auch nur ein Part oder wieder neun, aber egal, bevor hier irgendwas hier ist, das automatisch die Aufnahme abbricht, deswegen ist es zu wenig Späche, muss abgebrochen werden, würde ich lieber sagen, schalt den nächsten Part, also Part 15, wieder ein, wenn es wieder heißt, zum letzten Mal, Mario Kart Super Circuit, bis zum nächsten Mal, euer Alexer42301, wenn ihr Bock auf mich habt, könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken und mir einen Daumen hinterlassen, damit ich Bescheid weiß, dass euch meine Videos gefallen, dann bis zum nächsten Mal, macht's gut!